so weiter geht's mit einer neuen folge knights of honor 2 wir waren ja im krieg haben den aber recht schnell gewonnen die zwei provinzen haben jetzt gewonnen einmal nancy und einmal zürich und ja genau krieg ist vorbei und lasst mich raus aus dem kerker ich bin verletzt die lassen mir garantiert nicht aus gut jetzt heißt es wieder reich stabilisieren ausbauen und ja wie lautet euer befehl gut wir hätten noch ein bruder auch wichtig vielleicht jetzt nicht die hübscheste frau aber eine rebellion fremder loyalisten bedroht unsere provinzen und das rebellische diebe belagern uns meine truppen warten ja mein herr sollen wir los meine truppen warten vergessen lasst uns späten neue geschäfte eine weise investition heute nicht das kann ich leider nicht tun eine andere armee ist zu uns gestoßen groß angriff müssen wir eigentlich relativ schnell bekommen ich glaube nicht dass sie da eine chance haben da haben wir alles voll da brauchen metall sollten vielleicht auch mal importieren und hier brauchen wir eisen okay eisen ist ganz ganz wichtig morgen werden wir reicher sein navigation handel das ist unmöglich wir brauchen ein jahr wo finde ich denn eisen also wahrscheinlich konstantinopel kann er das vielleicht mein name ist ganze goldsäcke wert es geht nicht weil wir lieber nicht erfurt was ist euer wunsch die rebellen in unserem land wurden besiegt wir haben die eindringlinge vertrieben perfekte war das hier oben luxemburg ist gut auf uns zu sprechen ne feindlich audienz anbieten ne ne dann kriegen wir euch einfach machen wir euch eh fertig deswegen früher oder später greifen wir euch eh das hier oben braucht also gar nicht hoffen so bombs bibliothek brauchen kerzen also diese folge heißt es einfach erstmal ausbau eine gute strategie und wir werden den auch mal wieder nach bremen gehen da wo wir beheimatet sind wo sind eigentlich unsere anderen armeen meine truppen warten ich sterbe für mein königreich aber das geht nicht aber das geht nicht wie ihr wünscht für die krone ähm der ist in zürich ok wer ist hier ich bin bereit wo ist der andere ich kann nicht sofort wie lautet euer befehl die sterbe für mein königreich aber das geht nicht eine gute strategie du stehst in konstant wir sollten mal eine nach regensburg schicken unser diplomat hat die verbindung zu einem anderen königreich gestärkt so sei es perfekt ich verhelfe eurem namen zu ruhen herr die kaufleute im reich rühmen eure taten majestät ja das ist egal ein verteidigungspakt gegen uns hat einen weiteren unterstützer ich will die auch gar nicht angreifen also ihr werdet euer gold nicht umsonst ausgeben ähm so sei es so sei es wir machen wieder 500 packen so muss es sein mhm ich hatte wirklich pech toll diese windmühle das können wir da erst machen getreide, windmühle wow automatische botschaft erhalten nein wir möchten keinen krieg immer noch nicht ähm so so bremen hat jetzt mal ist sehr schön sehr schön seit gewarnt ungläubige ein neuer kreuzzug beginnt aber nicht gegen uns, oder? nein es gelistet mich nach dem kampf ähm ich langweile mich genug gelesen lasst uns kämpfen neue geschäfte schade dass man hier nicht der klerus rühmt unsere jüngsten taten mehr machen kann wissen ist gold er ist ein diplomat das kann ich leider nicht tun verzeiht das geht nicht mein name ist ganze gold säcke wert wir brauchen immer noch weil wir könnten auch theoretisch herzen machen weil dann können wir die bibliothek endlich bauen mein herr eine gute strategie meine truppen warten betrachtet es als erledigt majestät so sei es in wolkerei da fehlt uns salz das fehlt uns hier weisen wir brauchen weisen wo winken die profite eine neue konstruktion wurde abgeschlossen wieso kann er eigentlich nicht nichts importieren heute nicht das ist unmöglich 500 tücher kostet das war das können wir gleich machen theoretisch ich schwung mal ein bisschen vor hätte ich das eher gewusst hätten wir jede menge gespart majestät wir haben eine verbesserung abgeschlossen so eine neue provinz ist jetzt uns gegenüber loyal ja da unten in die apel bringt uns bloß nichts oh was haben wir denn hier noch ähm hügelbefestigung komm da haben wir hellhandel können wir nicht es kostet zu viel nee warte mal fehlt die voraussetzung aber welche voraussetzung ach nachtplatz ok und da haben wir die 2.000 äh haben wir doch ok so bärn wir müssen auf jeden fall die rinderzucht machen wir müssen auf jeden fall die rinderzucht machen also wie gesagt jetzt erstmal ein bisschen aufbauen machen wir einen tic schneller zack rinderzucht ja ich riskiere mein leben für euch warte mal wir können doch jetzt mal die rinderzucht handel treiben eine weise investition sehr schön gut gut man hat uns den krieg erklärt majestät wir haben ein neues gebäude errichtet majestät unsere späer haben ein seltenes gründerlager entdeckt dann toulouse meine truppen warten wo ist denn jetzt toulouse audienz frieden unter zeichen ich hasse es ja toulouse woher kommen die denn hier wo sind wir die kommen also von da das bedeutet ich sollte schleunigst noch da gehen und wo sind die anderen er geht nach bern dann wirst du nach zürich gehen und wo ist der andere was ist euer wunsch eure befehle er ist schon in zürich und dann bist du nach nancy let's go also was soll das jetzt hier schon wieder mit dem krieg vor allen dingen majestät unsere feinde haben einen neuen verbündeten vorgrund ey come on man ich hasse es man kann hier echt nicht einmal in ruhe irgendwas aufbauen das nervt unser diplomat hat unsere beziehungen verbessert majestät ok das ist jedes mal irgendwas aufbauen will eben immer irgendwelche komischen sachen morgen werden wir reicher sein sehr oft möglich ich versuche mal zu euren diensten majestät muss ich niemanden mehr überzeugen über uns frieden verhandeln machen es war mir ist da es sieht krieg auf es ist sehr gut ich verhelfe eurem namen zu rum her bitte los ob er sie werden eure guten absichten erkennen hier kann ich jetzt wirklich kein bock der feind wird stärker jetzt jetzt wie lautet euer befehl majestät unsere feinde haben einen neuen verbündeten ich bin da was soll ich ihnen sagen wir müssen wir reiten von der führer to lose audienz machen wohl ein neuer papst steht der katholischen kirche vor was ist euer wunsch und dann heißt es jetzt erstmal warten was fehlt uns denn ach salz fehlt uns da habt ihr eine neue aufgabe für mich unsere stadtverteidigungen wurden verbessert sehr schön so sei es meine truppen warten wir müssen erstmal auf geld warten aber wieso wollen die denn jetzt krieg ich verstehe es nicht gut anbieten gold wieso wieso will to lose denn jetzt ich will kein krieg gerade aber die greifen halt auch nicht an ich glaube die haben sehr sehr viel mit ihren eigenen zu tun straßburg majestät unsere befestigungen wurden verbessert die königin hat einen gesunden prinzen geboren unterrichten sehr schön wo ist der andere hier sollen wir los ich warte gespannt auf eure befehle zu euren diensten majestät da kommt mir glatt eine idee könig midas wird arm wirken verglichen mit euch ich probiere es jetzt nochmal ob wir jetzt nochmal frieden wollen und dann würde ich sagen dass wir diese folge erst wenn wir enden einfach holen tribut anbieten gold 5000 äh wir haben gar nicht so viel okay also ich werde nicht im ersten schritt tun das müssen die machen sofort definitiv ich werde nicht einfallen was ist euer wunsch uns hat eine diplomatische botschaft erreicht ja doch sowieso gerade der krieg mit dem sind die im krieg frankreich politische übersicht wir könnten theoretisch frankreich fragen ob sie uns unterstützen nein ich will dass sie uns unterstützen sind. Wieso geht das nicht? Dann müssen wir das wieder selber austragen. Okay. Gegen den füllen die Krieg. Die füllen ja eh schon... Die füllen gegen Frankreich schon Krieg. Okay. Wisst ihr was? Dann werden wir angreifen. Aber nur in der nächsten Folge erst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann werden wir mit Frankreich gegen Toulouse in den Krieg ziehen. Let's go. Und dann wollen wir die erstmal platt machen. Ja. Wir werden die erstmal platt machen, würde ich sagen. Ja, mein Herr. Ja. Das können wir noch nicht... Meine Truppen warten. Okay. Ein guter Plan, Majestät. Gut. Alles klar. Weißt du was? Ich warte jetzt auch gar nicht mehr lange. Let's go. Okay. Ja, mein Herr. Meine Truppen warten. Und du's... ...hörst. Ein herrlicher Tag zum Handeln. Das ist ja perfekt. Du wirst Leon angreifen. Let's go, Leute. Wieso haben die uns angeklickt? Die verlieren doch eh. Das verstehe ich nicht. Das ist so dumm von denen. Sprüge mal weiter vor. Meine Truppen warten. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Ich werde diese Maden zermalmen. Wo denn hier? Feindliche Truppen haben sich dem Gegner angeschlossen. Okay, wer denn das? Ähm. Was geht das? Chris. Das verstehe ich halt nicht. Ja! Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Diese Feiglinge fliehen vom Schlachtfeld. Niedig. Mit dir Niedig. Ich gebe doch kein Geld dafür aus. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Meine Truppen warten. Ja, mein Herr. Das Ding ist, wir sind jetzt wirklich mit Frankreich zusammen im Krieg. Meine Truppen warten. Der Feind wird fallen. Das schwöre ich. Das ist so ein Griff. Ja. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Aber Leute. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.